Hey! Wer bist du? Jemand, der ein AT-AT ins Rennen brachte. Wer bist du? Jemand, der das Imperium wütend machte. Wir wollen zu einem imperialen Landeplatz und brauchen Feuerunterstützung. Gut verstanden. Machen wir sie noch wilden da. Ich bin der Tat. Ich bin der Tat. Ich bin der Tat. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Das war's. Das war's. Das tat weh. Heftig, heftig. Was für ein geiles Game, was für eine geile Grafik. Ich such jemanden. Was machst du hier? Wir wollen auf Kashyyyk die imperialen Versorgungslinien unterbrechen. Hey! Also, wen suchst du hier? Ein Wookie-Häuptling namens Tafur. Tafur ist unmöglich zu finden. Er ist dem Imperium nicht umsonst so lange Zeit entwischt. Ist er ein Freiheitskämpfer? Er ist DER Freiheitskämpfer. Ein Symbol des Wookie-Widerstands. Er setzt dem Imperium aus den Schattenlanden zu. Sieh, Rhys, das ist Zorn. Und, wie geht's? Was willst du von Tafur? Na, Jedi-Geheimnis. Die Jedi sind tot. Das gilt nicht für alle. Hast du das von einem Leichnam? Mein Meister hat's mir gegeben. Dieser Platz beliefert eine imperiale Raffinerie mit Wookie's als Sklaven. Es heißt, einige der Gefangenen dort sollen Guerilla-Kämpfer sein. Ich sollte ihnen helfen. Vielleicht war's einer, wie ich Tafur finden kann. Das wär möglich. Hey, Moment mal. Halt eine Minute. Die Mantis vollbringt Wunder. Großartiges Schiff, toller Pilot. Aber sie wurde nicht als Kampfschiff gebaut. Wir überwachen hier die imperiale Kommunikation. Mit etwas Glück fangen wir Notsignale ab. Besten Dank. Meine Lieutendin und ich bereiten den Angriff schon mal vor. Komm nach, wenn du kannst. Los, los! Okay. So, gehen wir mal hier lang. So, müsste der Mann ein Ende des Grabens sein. Na, das war wieder nix. Ey. So, jetzt. Kein Durchkommen. Vielleicht ist dir irgendwas, das hilft. So. Erkunden Geheimnis. Das ist auch keine Option. So, das müsste aber funktionieren. Funktioniert nicht. Warum funktioniert das nicht? Das ist so ein Ding. So, guck mal, mal Karte. Der zeigt mir doch hier eine rote Tür an, oder bin ich Bescheid? So, gehen wir nochmal auf die Karte. Hier sind wir. Rot ist heiß, nur geblockt. Ich wäre jetzt davon ausgegangen. Dass ich hätte hier rüber laufen können. Hm. Das ist ja merkwürdig. Es muss so möglich sein, da weiterzukommen. Oh, wie jetzt sind wir hier laufen können. Da, eine Werkbank. Oh, sehr schön. Ich sehe nach. Boah, er scannt natürlich erst mal. Ich schau ja hin. Taktischer Leitfahnen aktualisiert, ist ja lustig. Das ist ja lustig. Oh. Oh. Okay. Kann ich nicht mehr... Komme ich nach oben? Mit dem Kappo kannst du die Technik des Imperiumskauts schließen. Oh, super. So, was haben wir denn hier? Dorit. Sender. Hier bleibt. Super, so, jetzt gucken wir mal, ob hier unser kleiner Ruine hier irgendwas machen kann. Ja, genau. Versuchen wir es. Ja, toll, was bringt mir das jetzt? Ach, jetzt kann ich... Ach, jetzt komme ich hier rüber. Ja. 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 Mal. 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 es ist ja klappen jawohl okay dann hat uns ja nur eine option gefehlt naja ich komme ja schon abgesprungen jetzt nach oben geschafft super hey vor uns liegt eine imperiale harz raffinerie was will das imperium denn mit baumharz nichts gutes die stelle daraus eine starke substanz her und wollen die produktion hochfahren wir müssen sie aufhalten das ist der plan wir kennen ihr ziel nicht aber sie sind zu weit verteilt wir haben eine karte die das beweist die raffinerien sind gleichzeitig lager für die gefangenen wir sorgen mit diesen cuttern für ablenkung und du mit deinem lichtschwert die wookies aus den lagern befreist wir brauchen die wookies im kampf gegen das imperium verstanden okay sehr gerne pass auf sich aus Oh, sehr schön. Wow. Das sieht aber fett aus. So. Ja, meine Fähigkeiten steigern. Besser. Oh, schieß mal. Schieß nochmal. Ich hab ihn. Ja, alles klar. Weil nicht zurück will, der Einzige. Oh, okay. Hey, hab ich das erwähnt? Ich hab das erwähnt. So, wir gucken, bevor wir da ins große Tor gehen, gucken wir hier nochmal rein. Okay. Okay. Und meditieren wir hier mal. Oh, ein Fähigkeitspunkt haben wir. Was ist das eigentlich? Überleben. Ja, das. Nehmen wir das mal. So, super. Dann können wir hier wieder zurück. Oh. 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 Das ist wie R2D2. Nur in Sport. Aufwarten. Ich kriege dich. Oh, entzittert. Ja. Aufwarten. Ja. Du kannst uns nicht besiegen. Ja. 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 Ich werde dich hier streiten, streiten! Sie fliehen vor uns! Nicht da lassen! Gucken, wer war das denn?